hallo liebe zuschauer ich habe vor mir einen damenbläser ein erbstück und das liegt ja die kundin will unbedingt dass alles wieder in ordnung ist und wieder tragen kann weil sie hat von jemandem geschenkt bekommen und das ist sehr wertvoll für sie das problem ist immer so mit dieser kunstleder und normale stoffe wenn man einmal was dann passiert so ja wenn ihr auch was kaufen tut und so kauft sie liebes sachen das nicht mit so viel kunstleder ist und halt mischung stoff und kunstleder und so weiter oder auch echtes leder ein echtes leder dann wird auch problematisch weil dann wenn echte leder wäre dann muss man immer ledereinigung und so beim so eine damenbläser ledereinigung kostet so um die 60 65 euro weil das weiß ich weil wir auch eine reinigung haben okay fangen wir an also wie ihr gesehen habt ja das ist einfach ja schade ich habe mal vor paar jahren auch so eine kunstleder allerdings gehabt jacke und ab dem zeit nie wieder weil sobald dass man waschen tut und das passiert so was und das auf ihre wunsch werden wir mit diesem stoff versetzen ja das ist waschbar und wird auch nämlich an das sehr gut ausschauen ich fange jetzt an muss alles trennen und dann machen wir weiter und das ja die auftrennung und so nämlich nicht auf also dann bis bald so 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 so